Die Statt richtig abstecken können Lange die schaufel noch durch naja nicht mehr so lang Aber die doch bin ich zu reparieren hat er nur effizienz So wie ich mich vergessen werde ich sowieso vergessen und dann ist jemand kaputt So wie ich mich vergesse, so wie ich mich kenne meine ich So Dann schließt man schon wieder so ein riesiges neues gebiet was wir bauen können Obwohl ich hier den Wald nicht gerne lassen würde ich weiß es noch nicht Ich kann es doch nicht genau sagen wie ich das hier den Wald hier machen würde Ich glaube ja das habe ich mir schon fast gedacht das passiert So Dann haben wir jetzt das Wald das hier weg Oh ich liebe dieses Lied das ist so geil So Du, 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 du. Was haben wir hier? Da hinten ist auch noch unser Tarnwald, wo wir immer ein bisschen abgeerntet haben. die kummer hier muss man sich mal vorstellen das war ja meine stelle da hat es mich nicht gejuckt dass creeper explodieren hier hinten mittlerweile sind wir dabei fast hierher zu bauen wenn die mauer kommt so glaube ich lang die das ist gar nicht mal schauen was die guten umfang haben wird das kann kurz geleckt ich glaube ich habe im hintergrund bluestacks nicht ausgemacht gut und ein bisschen stein überall hühner keine tiere aber überall hühner lieber habe ich ein paar schweine und schafe und spaß als überall nur diese hühner zum beispiel noch mal das essen sonst kann ich mehr rennen ich habe wieder fische was wir müssen die doch mal fixen das geht doch gar nicht ich bin bewusst dass ich wieder die neue version machen muss aber irgendwie ist momentan noch nichts passiert so dann nehme ich mal mit hier ist gar nichts zu mitnehmen sehe ich gerade da muss ich mir war ja wohl mal hier rein hier ist was das habe ich jetzt hier irgendwas drin nämlich eisen drin und ein bisschen steine mal ganz kurz gucken dass ich das restliche eisen habe ich draußen muss man ganz kurz gucken ich glaube vier sind das genau kohle reicht noch kohle reicht noch kohle reicht gerade habe ich das restliche eisen reicht aber leider noch nicht schade eigentlich ich wollte mich ein ambass bauen na gut ich hoffe es reicht schon wieder am arsch oder die kann ich kann ich eigentlich schon reparieren gut eins zwei drei vier und was habe ich jetzt boden nichts aber ernten jetzt hier ich sehe habe ich mir noch gar keine gedanken gemacht auch nicht schlecht hätte als boden gerne flachen saß stein ja muss ich dann später machen erst wirklich schlafen und dann kann ich eventuell die schaufel ich weiß halt nicht ob jetzt auch irgendwo eisen herkriege so schnell das fenster hätte man muss auch mal reparieren das ist irgendwie was kann ich glaube das ist ein creeper kaputt gegangen hier geht es irgendwo schnell eisen her das ist noch ein problem gewesen ist hier vielleicht eisen in reichweite hier ist kies in reichweite nehme ich auch mal mit ach so ich darf die schaufel nicht benutzen moment ein eisen zwei eisen zwei eisen und ein creeper darf noch eisen wie brauche ich denn jetzt ich habe jetzt vier noch das heißt ich bräuchte theoretisch noch mal fünf plus vier also neun stück müsste ich jetzt kriegen neue eisen sind eigentlich die welt sollte ich euch sammeln ist immer noch die folgen der blutmond nacht hier unten ich hätte gerne nicht eisen kann mich hier mal reingraben ist das die glück sagt ok oben sind eisen da müsste ich mich aber hoch buddeln dann gehe ich mal hierher flupflupflupflupflup eisen eisen zählen wir noch genau eins oder ich sehe es auch schon ich muss nochmal zurück dafür ich sehe es doch schon hopp 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 super das ist nicht mehr zu mehr sage ich jetzt auch nicht nein super im endeffekt mehr essen zu holen war wahrscheinlich einfacher gewesen aber auch nur halb zu spannend so ich gehe mal ein bisschen rüber damit ich mich nicht nicht genau unter der brücke auch arbeite und dann haben wir ein bisschen fisch mit den allbekannten landfisch trocken fisch so kommen ob das steinzeug fertig ist aber es brennt noch hälfte ist durch okay wir können hier erst mal eisen rein jetzt während das eisen brennt kann ich schon lange erst mal die mauer weiter verlegen zumindest dessen gründeres den ich hier oben einfach so lange ziehe weil ich mache hier ich mache hier drinnen dann auf der ebene alles runter und hier oben mache ich dann einen höheren darum passt das ich mache ich könnte es theoretisch jetzt sagen ich mache es so 3 1 3 dann rohbe ich jetzt den zaun hier weg lalalalalalalalalalalala ok die musik ist gerade ein bisschen störend und dann verbinde ich das halt hier wirklich mit dem mit dem gebäude in dem moment das werde ich dann allerdings noch umändern müssen dann wäre jetzt hier auch eine mauer jetzt hier zwei herum gehen würde denn hier zwei jeweils zu und hier wäre die weg müsste man ein bisschen verlegen dann würde ich sagen und dann wäre die mauer hier also kann ich nicht die würde halt hier so kommen wäre dann hier in der erde zwei drei gerade durch dass ich gerade das eisen nicht parat habe und meine schaufel zu operieren aber das wird schon das kriegen wir gleich hin ist das zu breit? nö das passt eigentlich und dann würde ich hier halt so ein tunnel sein das würde hier hoch gehen und dann als Brücke, als Pfosten zusammenlaufen und die Mauer würde dann hier weiter gehen und die ich das genau jetzt hier mache, weiß ich nicht, vielleicht mache ich hier äh zu und mache hier durch eine Tür rein, dass man von der Mauer da reinkommt äh, von der Mauer in dieses Haus da rein kann vielleicht so als, äh, Weg für die dass man hier vielleicht so eine Schenke mit draus macht, das wäre vielleicht eine Option das wäre eine Option, wenn wir so eine Schenke draus machen, so als, äh, für die Soldaten so eine Mauer, äh, so eine Schenke halt so, hier müsste das dann bis dahin gehen wenn ich die Mauer jetzt irgendwie noch falsch legen sollte, zum Beispiel, dass jetzt irgendwie ich die Höhe nicht beachte, ist das vollkommen egal das kann man später alles noch, äh, neu machen das U-Fall kann man ruhig freilassen, das muss sich zur Mauer gehören, weil das kann später noch verarbeitet werden, das heißt, ich muss aber bis hierher mindestens gehen dann 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 dann